Moin Leute und damit willkommen zu einem weiteren GTA 5 Video auf meinem Kanal Piero und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr gut in die aktuelle Woche startet. Heute in diesem Video habe ich auch eine richtig coole Sache für euch. Eigentlich wollte ich das Video, was ihr heute seht, schon vor zwei Tagen machen. Das hat aber leider aus zeitlichen Gründen nicht geklappt, deshalb seht ihr das Video erst heute. Aber trotzdem solltet ihr euch das Video anschauen, denn im heutigen Video zeige ich euch, beziehungsweise werde ich euch zeigen, wie ihr richtig schnell kostenlos Geld in GTA Online bekommen könnt. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben und euch das Video bis zum Ende anschauen. Bevor wir aber jetzt mit dem Video anfangen, möchte ich noch eine Sache anmerken. Und zwar, wenn du in einer meiner Videos von mir gegrüßt werden möchtest, kannst du das ganz einfach machen, beziehungsweise kannst du an dieser kleinen Sache einfach teilnehmen, indem du einfach ein Like auf diesem Video gibst, in die Kommentare, Hashtag Gruß mit einem netten Kommentar schreibst. Und ja, wie gesagt, dann kannst du in einer meiner Videos dann von mir gegrüßt werden. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem heutigen Video, denn ich zeige euch heute, wie gesagt, wie ihr kostenlos von Rockstar Games Geld bekommen könnt in GTA Online. Dafür braucht ihr zunächst erstmal ein Clubhouse. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr kein Clubhouse habt, bleibt ruhig, entspannt euch. Ich werde euch auf jeden Fall helfen. Denn ihr müsst nicht mal unbedingt Geld investieren. Warum, werde ich euch gleich erklären. Aber ich habe noch eine weitere Sache, wie ihr an Geld kommt, nach der Sache, die ich euch jetzt erkläre. Also wie gesagt, bleibt dran, schaut euch das Video an und ihr werdet auf jeden Fall Geld machen in GTA Online. Also ihr braucht ein Clubhouse, die sind aktuell reduziert mit der aktuellen Eventwoche. Zahlt ihr, sage ich mal, sogar weniger. Ich bin sogar der Meinung, ich hatte früher das Clubhouse für 200.000 Dollar. Oder vielleicht sogar noch weniger. Und ja, wenn ihr dieses Clubhouse habt, das heißt, ihr investiert jetzt, sage ich mal, erst mal die 200.000 Dollar. Wenn ihr die nicht habt, dann wartet auf die Methode, die ich euch nachher gleich sage. Oder spielt einfach ein paar Gegner-Modi, macht ein paar Jobs mit euren anderen Businesses, die ihr vielleicht habt. Spielt ein paar Missionen. 200.000 Dollar, sage ich euch ehrlich, sind schnell verdientes Geld. Und im Clubhouse habt ihr dann ja diese Clubhouse-Aufträge. Davon müsst ihr nur einen einzigen machen. Wenn ihr den abgeschlossen habt, bekommt ihr innerhalb von 72 Stunden 200.000 Dollar. Und wenn ihr euch das günstigste Clubhouse kauft, und die sind ja gerade auf Rabatt, das heißt sogar noch günstiger, dann heißt das am Ende, auch wenn ihr am Anfang diese 200.000 Dollar investiert, geht ihr mit Plus raus. Das ist vielleicht nicht unbedingt das große Plus, aber ihr habt auf jeden Fall ein Clubhouse und dazu noch Geld Plus. Und wenn ihr halt sogar schon ein Clubhouse habt, weil ich meine, das Clubhouse ist ja schon Jahre im Spiel drin, dann habt ihr jetzt einfach 200.000 Dollar ganz schnell und einfach gemacht. Wie gesagt, ich habe auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr an Geld kommt. Und ich werde vielleicht heute oder morgen noch ein Video ausführlicher dazu machen, weil ich will auch wieder ein paar Tipps geben, wie ihr an Geld kommt. Ich weiß, viele von euch interessiert das. Es gibt immer noch Leute, die kein Geld haben in GTA Online. Und ich war früher der Mann für euch, wie ihr eben an Geld kommt. Und das wird auf jeden Fall auch weitergehen, aber kommen wir direkt mal zur Methode, wie ihr auch an Geld kommen könnt. Und dafür geht ihr einfach in die Videobeschreibung. Dort ist nämlich JG Gaming verlinkt. Und dort könnt ihr euch euer GTA-Geld oder eure Level ganz günstig kaufen. Da gibt es alles eigentlich, was ihr brauchen, was ihr brauchen solltet, was euch vielleicht noch fehlt in GTA Online. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wenn ihr was bestellt, gebt im Warenkorb einfach den Club Hero ein. Damit spart ihr zusätzlich noch 10%. Und ich sage euch ehrlich, 10% Rabatt bekommt ihr nicht überall, bekommt ihr nicht bei jeder Plattform. Und das Ganze lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt mir aber auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, welche Themen interessieren euch am meisten und zu welchen Themen sollte ich ein Video machen. Interessiert euch gerade, wie ihr an Geld kommen könnt? Interessieren euch gerade viele News? Wollt ihr irgendwas über ein bestimmtes Thema, ja eben von mir erfahren, beziehungsweise wollt ihr davon eventuell ein Video haben? Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann sollte das auch schon das Ganze jetzt hier von diesem Video gewesen sein. Eigentlich kurz und knackig. Hier über knapp vier Minuten sage ich jetzt einfach mal ein Video, wie ihr eben ganz kostenlos Geld bekommen könnt. Und ja, das war es jetzt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao Leute.